Hinter Rico Meinl im Moment, Janne Ahonen, der Schweiger, sagt man den Finnen allgemein nach, aber er ist eine ganz spezielle Ausgabe dieser Kategorie. Wenn er Ja sagt, hat er eine Rede gehalten, Janne Ahonen, Olympiasieger mit der Mannschaft, 13. von Corpio, 100 Meter im ersten Versuch, aber im zweiten war er schwächer, bekommt eine 20, noch eine 20, 19,5, dreimal, beste Haltungsnoten bislang für Janne Ahonen. Na, kann man sich streiten, kann man sich streiten, in der Luftfahrt absolut, aber in der Landung, den Telemarkaufsprung wohl nur angedeutet.